Und heute mal hier ein Ründchen. 2 Euro Einsatz. Los geht´s. Mal gucken, ob es hier was schönes gibt. Er ist zur Support gewesen. Weg da, weg da, hoch, hoch. Ach. Füß mal. Auch weg. Komm, zeig uns ein paar Kronen. 15 hat er ja. Oh, das riecht auf 300 wollen wir. So wird das nix. So. Andere Seite fliegt sich oben. Andere Seite fliegt sich oben. Kannst du vergessen. Geht nicht hoch da draus. So. 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 Vielleicht sollten wir nur die Geforten-Sofortgewinne mitnehmen. Wie ist das? Hat er gehört. 24. Los jetzt mal. Das ist doch nicht. 56. Komm, jetzt muss er aber mal. Muss er nicht. Muss er nicht. Ach. Gibt's doch nicht. Ah, in der Mitte ist noch ein bisschen röd. Gibt mal ein bisschen Materie hier. Ach, mach das kaputt. Bist du. Kaum nimmst du ein paar Groschen hier. Na, hau ab du aus. Hau ab. Oh, es war mehr Kro nennen. Du doch nicht! So ein Verbrecher. Ja, er freust du dir. Nicht nett. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Karte ist ja mal ein richtiger Griff im Klo hier heute Oh, da wartet ja nur noch 100 auf der Ruhe Eieiei, jetzt müssen wir vielleicht doch mal ein bisschen was mitnehmen Cool! 34 Oh, das waren noch ein paar mehr Kronen 64, sollen wir uns die sichern? Aaaaaaaaah! G-G-G-D-Aah! Oh-oh. 13. 45 und 8 in my area mit einem kleinen Pufferarm 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 19 18 18 18 18 19 19 19 20 19 19 20 20 20 20 21 20 20 20 21 22 Krass, da hat er uns ja richtig verheibelt. Das ging schnell, einmal nichts. Und heute gibt es mal ein Ründchen Burning Heat. Machen wir hier mal 10 und hier fangen wir mal ein bisschen zart an mit 80. Und jetzt sehen wir uns noch ein paar Wurkarnien. Oi! Hallo, so ein paar mehr. Nicht so geizig. Naja, letzte Chance. Das dauert nach. Leider nicht. Let's bet zarten 7 Euro. So, jetzt konzentrieren wir uns mal wieder ein bisschen auf die Vulkane hier. Zwei reichen nicht ganz. Zwei reichen nicht. Zwei reichen nicht. Jetzt könnt ihr uns ja schon mal drei zeigen. Das war's. Mach der Akina ansteigen. Machen wir mal einen Euro. Tja, wir wollen mal hoffen, dass hier ein bisschen was rumkommt. Ah, mehr davon. Jawohl. Los, den 100er, den schaffst du doch. Komm, mach den Honig voll. Oh wei, oh wei. Noch mal drei. Noch ist nicht verloren. Ne, rück den aber auch nie aus. Nächste Chance. Warte, wir sind noch mal voll. Komm. Oh, Geinskragen. Mann doch. Den 100er hätten wir doch gern genommen. So, dann rück jetzt wenigstens ein paar Vulkane raus. Das ist ja. Wir gehen jetzt auf zwei. Hopp oder Top. Oh. 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 Oh, ja. Auch weg. Jetzt wird's eng hier. komm los 20 Zwanzig! Damit kommt man nicht weit! Also wie es da immer, hättest du uns ja ruhig lieben können. 21, wer damit? Mal sehen wie lange wir das Spiel treiben können. Jetzt aber los, komm! Mach jetzt! Da oben hängt ein Kräger, die Krise hier. So ein Lob da. Oh wei, oh wei, oh wei. Einmal nichts soll nicht sein. Schade. Und hier war 10 Fallspieler. So ein Lob da. Das tyckerst du auch, was du? So. So. So ein Lob da. So ein Lob da. So ein Lob da. So ein Lob da. Ah, nun mal los hier, komm in der Pötte. Das schafft ja wieder übelst. Auf wei, auf wei, auf wei. Wie gütig, 10 Euro. So, dann haben wir alle 35, nun mal los. So, dann haben wir alle 36, nun mal los. So, dann holen wir uns mal los, wie ihr, auf wei. Und das letzte Freispiel, schlecht bezahlt. So, dann schauen wir doch mal, ob hier ein bisschen Gold mit bei ist. Komm her, just up. Komm her, just up. Hm, nichts verdämpft hier mit drin. Schade. Und hier war der Wunder, Freispiele. Da war aber was verwandet wird. Jetzt noch mal was stellen, dann können die Heule. Schwache Nummer. So, dann schauen wir doch mal, ob das hier schöne Diebt. Schade. Ich hätte da ja eine Verlängerung draus machen können. So, dann schauen wir doch mal. So, dann schauen wir doch mal. So, dann schauen wir doch mal. So, dann gucken wir doch mal. Das war's. Schade. Oh, tja mein Röntgen, Freispieler, los geht's. Ach, zu viele Mischmasch hier. Vollbildnieten wär mal cool. Oh, tja mein Röntgen. Oh, tja mein Röntgen. Boo! Untertitelung des ZDF, 2020